Ich komme aus der Schweiz und habe von einem Arbeitskollegen meines Mannes erfahren, er ist hier gewesen. Und ich wollte das in der Schweiz machen lassen, aber das kann man nicht bezahlen in der Schweiz, das bezahlen sie wie ein Einfamilienhaus. Die ersten Kontakte via Telefon. Und was mich sehr überrascht hat, hat sie mich gefragt, ob sie mir den Flug buchen soll. Da habe ich natürlich gesagt, ja, ja, mach ihr das, dann muss ich nicht. Und was mich das Zweite, was mich extrem überrascht hat, der Flug geht morgen von Wien nach Zürich fünf Minuten früher. Da hat sie mich zuerst angerufen, hat mir das sagen wollen, damit ich nicht erschrecke. Habe ich gesagt, wenn alles so klappt wie das, dann ist es super. ich bin dann nicht schreitig. Mühe ich万 Faster daranessment mit Aufschlag. Die richtige 150.000.000.000 hat in einemさん governen Sie mir. Und wie immer er mal sichtigen, wenn ich das vorher ver lava, dann sagt, naja Comme equal mmm Bye. Aber ich Diet win an, dass du Mädchen, so nicht mehr humble. Vielen Dank.